Das Schwert ist dir übrigens. Das Schwert ist mir, genau. So, jetzt noch meine Boots. Komm, Boots, 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 genau. War das alles? Ja. Okay, dann Schwert. Und wir schlafen. Siehst du, ich hab alles wieder geholt. Thanks. Naja, weil ich die Enderperle hatte. Und wusste, wo ich lang rennen muss. Stimmt eigentlich. Das hat's ein bisschen einfach gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ich hab irgendwie keinen Überblick. Ich auch nicht. Warte kurz. Mindestens schon eine Stunde. Knapp. Au, ist doch richtig schlau. Da wär ich auch schon drauf gekommen. Entschuldigung. Du bist so gemein. Okay, ich würd sagen, äh... Das da, so. Afka, also weg. Was zum Teufel? Oh. Und wieder begibt er sich auf ein neues Abenteuer. Um was zu tun? Ich hol was. Du holst was, oder holst was, Sir? Ich hol was. Okay. Und noch ein Bücherregal. Wow. Das geht ja richtig flott voran hier. Ich kann gar nicht glauben, dass es so absolut schnell ist. Ich komm gar nicht mit. Neul, Gini. Zarkastro ist meine Stärke. Und Rhapsody. Oh, Spinnen weglaufen ist meine Stärke. Wenn du das gerade nicht tust. Egal. Egal welches Spiel. Auch bei Binding of Isaac. Ich glaub... Oh, der hat einen Helm gedroppt, Leute. Du hast die Hälfte der Sachen noch hier liegen lassen. Ich weiß. Deinen Bogen, deine Arrows und so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich glaube, es ging dann hier runter. Ich hab eine gute Idee. Ich mach jetzt einfach mal so. Kratsch. Jetzt einfach mal so. Ah, sehr gut. Da fällt mir ein, äh, wollen wir nachher nochmal eine Challenge machen im Binding of Isaac? Äh, kommt Seestern. Ich hab keine Ahnung. Weiß ich nicht. Brauchen wir Seestern dafür? What the fuck? Ich seh dich sogar. Wieso bist du so weit unten? Weil ich cool bin. Dann sag mal ernsthaft. Was machst du denn da unten? Was holen? Oh, stimmt ja. Ich muss mal kurz in die Höhle da rein. Und meine Sachen zurückholen. In diese riesige, lange Höhle. Sag schon an, was ist los? Gar nicht. Siehst du dann. Wenn ich dir alles verrate, ist es doch langweilig. Okay, sehr gut. Ah, es geht wenigstens schneller hier. Mit der Picke. Wie viel Level hast du denn reingesteckt? Elf. Alter. Wir fischen sie zwei. Ah, aber kein Unbreaking. Das heißt, das Ding geht genauso schnell weg wie eine normale Picke. Das ist kacke. Und da ich schneller abbaue, geht es auch schneller. Oh, scheiße. Was? Lava. Aber alles gut. Keine Angst. Du kennst mich. Ich hab's im Griff. Ah, 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 ah. Der war gut. Das hört sich auch sehr gut an. Oh, das war eine Torch, die ich aus Versehen weggemacht hab. Ah. Ah. Das mach ich. Kaum zu fassen, dass es schon halb neun ist, ey. Zum Glück verpassen wir diesmal kein Spiel. Welches Spiel? Nach Fußball? Ja. Ach. Ist doch eh fast vorbei. Ich weiß. Ist ja gut jetzt mit der scheiß Lava. Meine Güte. Brauche ich eben hier weiter. Ach ja. Weißt du, ein Freund von mir hat letztens erstmal erzählt, seine Mutter arbeitet bei einer Tankstelle, ne? Ja. Er hat erstmal erzählt, das geilste, er war irgendwie mal da mit seinen Freunden oder so, wollte sich halt was kaufen und da erzählt ihm seine Mutter, ihr ist grad das bescheuertste in ihrem ganzen Leben passiert. Sagt er so, ja was ist denn los? Ja, also hier war ein Typ, also eigentlich kommt ihr hier jeden Tag hin und kauft sich Zigaretten. Und heute hat er nur ein offenes Strandhemd und ne Boxershorts an. Ja. Stell dir das mal vor, ey. Wohnst irgendwie am anderen Ende der Stadt und rennst erstmal zur Tanke mit ner Boxershorts und nem offenen Hemd. Mit ner eng anliegenden Boxershorts. Oh Gott, oh Gott. Mit ner eng anliegenden Boxershorts, ja? Ei, 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 ei. Durch die gesamte Stadt. Like a boss. Also, als Wette würde ich sowas durchaus machen. Ja, dass du sowas machst, war klar. Pssst. Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, wie wir uns kennengelernt haben? Warum willst du das wissen? Das war, ähm... Das passiert nicht gerade. Minecraft, äh... Dings, ähm... Zuerst einmal haben Tadi, du und ich, äh, in nem SV-Match gespielt. Echt? Ja. Dann, äh... Dann bist du kurz auf nem Server gekommen. Da hattest du noch einen ganz alten PC mit der komischen Grafikkarte, die dauernd Probleme gemacht hat. Ach ja, die. Oder warst du auf dem Dings, auf der Catgirl-Mansion kurz. Ah, das stimmt, weil er gesagt hat, ich soll mir das mal ansehen. Schon krass, wie die Zeit rumgeht, ne? Das war, glaub ich, drei Jahre her, glaub ich. Ja. Und jetzt ist Tadi semi-AfK und ich häng hier den ganzen Tag ab. Und spielst du kranke Spielchen mit, mit Ginny-Chan. Mit Ginny-Chan, kranke Spielchen. Meine Diamant-Picke ist bald weg. Meine überhaupt nicht. Naja, ich baue ja die... Alter Schwede! Was denn? Sau geil. Ich baue hier grad, äh, so, so die Mau... Also Dings ab. Weißt du? Die, äh... Das Stein. Und auf einmal, batsch! Lava und rechts neben mir Diamant. Lol. Und dann kommt die Lava auf mich zu. Warte mal, komm ich hier raus, ohne zu sterben? Oh ja, hier ist der Lavasee. Okay. Moment. So... Wo hab ich jetzt den Diamanten gesehen? Ich glaub, das war hier irgendwo. Na komm. Wo hab ich dich, Diamant? Warte mal, ich geh nochmal hier runter. Ja, genau, das war hier. Holy shit, you motherfucker. Was ist denn los? Ich krieg die Lava nicht richtig gebacken hier. Gibt's doch nicht. Eat shit. Ah, nein, nein, nein. Boah. Oh, Mann, es ist ein... Diamant weg. Oh, nee, oder? Ist schlecht. Ich bräuchte langsam auch mal ein Diasword. Jetzt läuft die gesamte Lava hier runter. Mann, oh Mann, oh Mann. Hast du kein Wasser dabei? Doch, hab ich. Aber die Lava, die geht doch immer so schnell, äh, so schlecht weg. Ach, meine Güte. Ja, tschüss. Das ist dämliche Scheiß-Lava. Du sagst immer, ein guter Abenteurer hat immer Wasser dabei. Ja, hab ich auch. Aber das hält mich nicht davon ab, hier trotzdem durch Lava zu sterben. Hm, true, true. Mann, ich muss hier alles clearn um die Lava herum. Ich find allerdings, dass wir echt in einer coolen Höhle, also in einer coolen Gegend gelandet sind, weil du gehst in eine Höhle, gehst drei Meter und bist irgendwie instant auf ganz unten, weißt du? Ja, 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 da gibt's schöne viele Löcher, ja. So, hier ist nichts, hier ist nichts, nichts, nichts. Oh, das ist auch wieder schöne Diamanten. Ich hab fünf Diamanten. Nice. Und kein Essen. Kein Essen. Warte mal. Das hab ich doch irgendwie mal hingekriegt, warte mal. Was ist denn los? Es gibt so einen Trick, um einen Stein ganz schnell abzubauen. So einen goldenen Winkel oder sowas. äh, muss mal an der Wand entlang fahren oder so. Warte mal. Warte mal. Ja, es klappt nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Warum höre ich eigentlich immer irgendwelche Viecher? Ich hasse das. Ich hoffe, das wird jetzt endlich mal was mit dem Stein hier. Oh, was ich da? Jochen. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR